Da startet sein 500-Euro-Flugzeug oder sowas, ne? 5000. 5000. Guck mal, da ist wieder einer. Naja. Dann starte mal. Ganz alleine, ne? Ganz alleine. Oh, guck mal, ganz schön windig, ne? Ja, ja, ja. Gegenwind, ne? Oh, du sagst, es ist kein Wind. Jaja. So, jetzt habe ich mir eine Hum-Taste gedrückt. Ja. Also, Hum-Taste bedeutet nur, er macht dann... Genau, dass er in Richtung hierher kommt. Ja. Aber ich habe jetzt schon wieder gelenkt, siehst du. Und dann hat sich der, glaube ich, aufgehoben. Jaja, ja, ja. Oh, hoffentlich passiert der Stück. Oh, hoffentlich passiert nichts. Hast du ihm denn noch geholfen? Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.